begrüße das gemüse willkommen zu licinato 86 tv gaming und wir spielen man ich bin gespannt wie das spiel sich spiel lässt wir schauen mal untertitel haben wir wahrscheinlich ende brauchen wird eh alles auf deutsch sein wir spielen los geht's gibt glaube ich noch einen einheitlichen schwierigkeitsgrad ja wenn euch das video gefällt lass schon mal einen daumen nach oben da ein aber nicht vergessen um mehr diese videos zu verfolgen immer am laufenden zu bleiben und ich bin gespannt ob das spiel wirklich so cool ist wie man es hört andere finden es nicht so geil inzwischen an bord der cajun queen pierre leblanc ist bei seinen kollegen als gailie pete bekannt papa hat haie gejagt ich jage hei es liegt im blut wenn es jemand besseren gäbe würdest du doch ihm folgen oder die menschen haben viele falsche vorstellungen von haien wissenschaftler meinen wir müssen koexistieren wie soll man mit haien koexistieren die wollen nur eins dich töten fressen und ausscheiden ich sehe meine arbeit als heilige pflicht ich würde sie alle töten schade dass ein tag nur 24 stunden heilige pflicht und infortig bahn die haben betonte wurden gemeldet hier heißt an einer rostigen hapune in der linken flanke zu erkennen aus dem weg ich hab was für erlebt ok spannend und da sind wir das ist ein ausgewachsener bullenhai dieses weibchen ist schnell wild und bis an die zähne bewaffnet dadurch hat es hier im golfstrom nicht viel zu befürchten das muskelwunder zieht souverän durch sein nasses reich auf Hm. Ja moin. Haha, habe ich auch gelu. Dieser Bullenhai verhält sich eher wie ein Fuchshai, wenn er seinen kräftigen Schweif so kreativ einsetzt. Unter der Haut des Haiweibchens befindet sich ein komplexes Nervensystem, das die Stärke und Gesundheit ihrer Beute beurteilen kann. Eine Haifischflosse erinnert die Menschen unheilvoll daran, dass der Ozean ein wildes, ungezähmtes Reich bleibt. Der Bullenhai vollbringt ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist. Der große Fisch taucht in den Ozean hinab. Die Geschwindigkeit des Bullenhais ist für ein großes Meeresraubtier verblüffend. Ein springender Hai ist ein seltenes, kalorienintensives Spektakel. Das ist ein kräftiger R2. Nein, um an... Oh, ha, digger. Oh, ha, digger. Ja Moin, töte die Strandbesucher, filmengelernts. Ah, da. Huh? Hä? So Schwimmen wir mal da außen rum Brutal, als Aufgabe tötet die Platzbesucher Oh, irgendwie Oh Es ist bekannt, dass Haie, Weichtiere, Fische und Robben fressen Weniger wird behandelt, dass sie auch gern von Fangs zehren Oh 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 Okay. I got him. Cool, Dustin. Während wir Menschen gerne auf Erkundungstur gehen, ist es für Haie immer am besten, im kühlen Nass zu bleiben. Alter! Es muss betont werden, dass diese Art von gezielter Gewalt für einen Haie recht ungewöhnlich ist. So, schaffe Boss 1. Dieser Haie braucht mal einen Klaps auf die Schnauze. Schnapp ihn dir, Jet. Auskamp, du kannst höher gelegen Rote wie Bootex mit einem Spurtsprung erreichen. Springer, du hast von 30 Menschen von Booten herunter, L2, wenn du in Luft bist. Okay. Okay. Yes baby! Ja, in dieser Stelle. Ja, Moin. Aber ja, sie schlägt sich auf jeden Fall ganz gut. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, das ist los. Oh-oh. Oh-oh. Oha. Ja. Nein! Was passiert? Oh. Ah, die Ladezeiten sind ein bisschen schwach. Aber... Das Spiel macht Spaß. An Bord der Cajun Queen überprüft Galey Pete den Fang des Tages. Ja, das ist das Eisen meines Vaters. Aber das ist nicht der Hai. Nicht der, den ich gesucht habe. Woher... Woher ich das weiß? Zu klein. Sieht der etwa mega aus? Na, sieh mal. Sie ist auf dem Weg. Hallo. Guck an. Wie geht's denn, deine Mutter? Warum hast du das getan? Wenn ich sie beim nächsten Mal... Erkenne... Wenn ich sie aufspieße. Der Überlebnis-Instinkt des Jungtiers setzt ein. Deshalb wird vielleicht die blöde Kamera. Oha. Jetzt spielen wir das kleine Baby an. Auf Carton mit DIN ab, sie schauen mal vorst du mit Mwig, wde散 depende der beiden, ihr seht es свое. Diesepounder spin Hier und wenn sie rein, hab es揚ieren würde auflaachen. Dann schl meaning. Gott, ihr glaubt die Ausweitung, ch adequieren. Es ist zumindest beiemem. nextskäter. Man-Eater Ja, das war's jetzt mal von dieser Folge Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefallen hat Aber nicht vergessen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Danke fürs Zusehen Ussias Bauchi Euer Lizinator Ussias Bauch Ussias Bauch Ussias Bauch Ussias Bauch